Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem Paz Black mit dem Suchti! Jo, und natürlich mit dem Gangster, der vor mir steht... Gangster in der Haut! Der gehört mir! Obwohl mein Kind gerade nicht gangsterhaft ausschaut, ich bin Gangster! Ja, komm, du bist Gangster! Mein Skin sieht auch nicht so krass aus, habe ich aber selber gemacht! Den, mein Skin habe ich auch selber gemacht! Gesundheit! Danke! Läuft ja bei dir! Ja, läuft ja wie im Schnürsch! Ich gehe jetzt nochmal hoch! YOLO! Vielleicht sehen wir noch ein paar Frauen! Ah, warte mal! Ich muss kacken! Voll auf die Fresse von denen! Warte, ich muss kacken! Oh scheiße, es hat begonnen! Ich bin runtergefallen! Nein! Ich auch! Nein! Kack! LOL! Läuft ja bei dir! Du bist so ein Depp! YOLO! Achso, dafür hat man ja diesen... Oh mein Gott, bin ich dumm! Wir waren am selben Ding drauf! Und das... Und das... Wir hatten... Äh... Oh, alter! Na, kacke! Kacke! Oh, lex! Lex, lex, lex! Uuuu! Alter, wie es grad so richtig gehangen hat! Ja, bei mir auch! Ja, bei mir auch! Ich bin so runter... Ich bin auf der letzten Ebene! Wo bist denn du? Wo bist denn du? Bist du schon tot? Nein! Und ich bin froh, dass ich noch nicht tot bin! Boah, Alter! Aber das stimmt! Der Erste ist ja schon tot! Geht ja ganz schnell! Hallo! Suchtie! Hallo! Hallo! Suchtie! Hallo, Suchtie! Nur weil ich ein Suchtie bin! Hallo, Suchtie! Hilfe! Mami! Hey, warum heißt der sonst Suchtie? Er ist voll der Heck, ja! Los! Auf! 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 Du ist runtergesprungen! Cool, ich kann wieder hochgehen! Uuuu! Hä lol? Was hat's? Du kannst jetzt wieder hochgehen? Ja, guck doch! Das ist ne Treppe! Alter, ein Glückspilz! Neu! Neu! Auf! Kacke, ey! Ich verkehle dich jetzt mal und block deine Eier! Hä, wie das? Haha! Indem ich Rechtsklick drauf mache oder Linksklick drauf mache! Wo bist'n du? Ich muss dich mal finden! Ähm! Monster Truck 8124! Monster Bäm Bäm! Malk Marco! Ja, Malk Marco! Alter! So, jetzt block ich deine Eier! Dieser Lappen hat dir im Weg freigesprungen! Du Eierputzer! Ich kann die, die Pfeile von anderen blocken! Yeah! Komm, ich bin da oben! Yeah! Und da ist nur ein einziges Mädchen und da oben ist auch noch einer! So ein Spacken! Hilfe! Ich seh' nämlich jetzt wahr, dass ich irgendwas blocke oder sowas? Wie kannst du blocken, Junge? Ja! Einfach sneaken oder sowas! Keine Ahnung! Aber, ähm... Nein! Ich bin tot! Okay, nochmal! Komm, nehmen wir nochmal was auf! Bis gleich! Ja, das sind wir auch schon wieder, äh... Ja! Wir hatten viel Spaß! Wir hatten viel Spaß! Wir wichsen! Und dann habe ich noch gesehen, dass da eben so ein Typ da drin ist! Hoffentlich weiß ich das nicht! Äh... Ja! Denkst gerade mal du! Such dir! Wie lange nehme ich da bitte schon auf? Ich hoffe keine 10 Minuten! Ist doch egal! 10 Minuten, ähm... höre ich auf! Was ist denn das für Jump'n'Run? Hehe! Fuck! Boah, ich bin so dumm und spring runter! Lolo! Kick it for flying! All related! Okay! Was war'n das für'n Scheiß? Ich hab' das nicht mehr Spaß! Ich hab' das. Ich hab' das! Es ist so... Ich hab' das! Ich hab' die Autor nennt! Ich hab' das! So! Nein! Die Affen haben mich runterges... Ups! Hehehehe! 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 ist jetzt schon zu Ende, da ich ja, da mein dummes Dingster hier Boah, Junge ich wäre fast runtergefallen ganz runtergefallen Ich lösche meine Aufnahme da es bei mir ein bisschen geleckt hat und ja ich bin rausgeflogen aus Minecraft und zwar komplett was habe ich da bitte drin dann lad einfach nur das andere Video fertig dann schneidest du ein bisschen ab und schreibst du bis zu Ende können wir irgendwas neu spielen ich habe aber jetzt angefangen aufzunehmen Kacke, ist doch egal, lad einfach da ins Hoch ok äh, spielen wir auch in der Ball ich spiele auch in der Ball